Musik Show Dann kommen wir noch die ein So, dann versuchen wir es noch mal Wieso schreibe ich Framboy anstatt Farmboy? Keine Ahnung Das kam Farmboy 12 05 Jetzt ist aber so weit Sooo Was hast du jetzt in der Zeit gemacht? Schatzi Ich hab was ausprobiert Immer äh Ja Sind die Kisten jetzt leer? Mhm Ah Ich kann aber Eisen durchschmelzen Das ist gut Da ist nichts zum Brennen Da überhaupt nicht Ich wollte nicht eigentlich ein Haus um unseren Kabuff hier bauen Irgendwie schon Aber das bringt es eigentlich auch nicht wirklich Ähm Dann Da rein Ich habe 5 Weil 1 macht 8 Das ist So Der Rest geht hier runter Da steht jetzt wieder AFK rum Hm Ich guck grad nochmal einzeln durch Das ist was Dass man nur das Gold kriegt Also dieses auch Mhm Questbuch Ja Fuel Up Brauchen wir noch Fuel Öl Kanister Mit 0% Fuel drin Ja Da kriegt man Farbe und irgendwie Roadbag Dann dieses Dingensbombenster Going up in the world Wir Brauchen den Compr- Ey Ne oder Ach ne das ist der Kuschel der Dingensbomben Einfach nur Compressor Und da Das kriege ich aus Silikon Redstone, Redstone Fucken und Dia Ähm Redstone Fucken haben wir hier Dia haben wir hier Redstone und Silikon Ich mach gleich die nächste Quest fertig hier So Ähm Den Kompressor Was brauchen wir noch dafür Ähm Ein Endel Läuft Wir haben nicht so viel Eisen Das ist nicht gut Ähm Galactic Science Kiste Wo stelle ich denn die hin Hier drüben So Okay Dann machen wir halt das nächste Ähm Wo do all that work Ähm Automatic Timber Ähm 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 Wenn das wirklich so funktioniert Wenn das wirklich so funktioniert Dann ist es einfacher Sich mit den Meinen Meinen Mechanik Da Auseinanderzusetzen als mit Sie Hm Ich hab mir kurz ein Video an Bis gleich Bis gleich Bis gleich Sind ja alles Maschinen Ja eigentlich relativ Du leckst Du leckst übelst Ich weiß Mein Internet ist wieder soweit Läuft Ja Ähm Ich würde ein Upgrade Add Automatic Redstone Holz Upgrade Ähm Jetzt brauchen wir die Stein Variante Die kriegt man auch noch gebacken Die kriegt man auch noch gebacken Lapis Ähm Ja auch Lapis aus Ähm Ach klingt's doch Dann haben wir doch Ähm Wo? Da Und dann brauchen wir noch Das Upgrade dazu Ähm Alles klar Alles klar Minium So die Und So Das Ach Das Das Was machst du? Was? Was ist denn ein Tutorial sein? Frag mich nicht Frag mich nicht Ähh Electrical Edge Sieht cool aus Reepy Doll Loll Loll Komm wieder runter Ja Du siehst ja cool aus So ich bin dann auch für heute weg Natria Alles klar Einen schönen Abend dir doch Tschö 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 20 Upgrades 20 Upgrades habe ich dazu Ähm Das 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 Der Das Stell dir medi Heute Part Frag mich nicht Das ist so geil. 2, 4, 5, 2, 4. Habt ihr noch Erde? Äh, nee, leider nicht. Scheiße. Wobei, brauche ich keinen. Was schon so ist es? Ich möchte... Hey, Eik, soll ich mal was ganz langes sagen, damit ich lecke wie schalte? Nee, du hast jetzt schon wieder geleckt. Wunderschön, das gefällt mir. Das ist doch eigentlich für... Ähm, die Bäume gedacht, der Shopper, oder? Äh, glaub schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Holz, das, genau. Äh, wir haben unsere eigene Baumform. Die läuft. Läge ich jetzt auch noch. Sagen wir mal, ich verstehe euch wegen meinem schlechten Internet richtig geil. Alles klar. Achtung. Achtung, heute ist gegen... Ach, Tyrox. Dein Internet fetzt. Hm? Tyrox, dein Internet fetzt. Hm, sowas. Ja. Das mobbt ihn ohne Ende. Das ist Cassidy-Internet. Ähm, scheiße, ich brauche eine Kiste. Ich nehme... Ach, scheiße, ich brauche noch viel mehr. Problem ist, wenn er gesagt, Gute ist, wenn er... Oder er gesagt, nee, das ist eigentlich scheiße. Weil, wenn er... Ach, sag nichts. Bitte. Was denn? Ich weiß gar nicht. Unsere Baumform läuft. Wir haben eine Baumform, Schatz. Cool. Müssen wir nur regelmäßig Kohle oder Brennstoff nachlegen. Äh, scheiße, warum habe ich so viel Äxte gemacht? Ach, was denn? Ja, ich bin... Ich habe direkt schon vier Quests wieder geklebt. Was springt denn da hinten rum? Ein wildes... Tyrox. Tyrox. Was kann man jetzt eigentlich mit dem Meteor da abbauen? Gute Frage. Keine Ahnung. Mit Eisen. Ich kann ihn verschwinden lassen, siehst du? Oh, guck mal über unserem Tor. Das habe ich gekriegt. Mit einer Eisenspitze, du kannst das abhauen. Frag mich bitte. Kann ich es umbenennen? Ja, frag mich bitte nicht, was das ist. Ich habe es einfach mal Home genannt. Ach, du Scheiße. Mobfilter-Upgrade. Oh, Leute, da kriege ich mal wieder einen Stern. Den nächstbesseren. Hm. Was ist das hier? Brauchen wir wieder Gold. Shit. Ein Mobfilter. Ey, den Mobfilter kann ich uns craften. Läuft, 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 läuft davon. Ach nee, warte mal. Hast du alles Rottenflash genommen? Nee, ich habe das, glaube ich, nicht mal benutzt. Habe ich wieder. Da oben in der Käste. Ja. Gut, ich brauche bloß zwei. Äh, nee, warte mal. Das war der Fälsche. Das hier. Haben wir Gunpowder? Hatten wir. Äh. Ja, ich habe es. Okay. Willst du Quest einlösen? Ja. Welche? Äh, gute Frage. Da steht Unclaimed Reward. Mein, 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 mein. Mobfilter-Upgrade. Nein, nein. Den Stern. Den Stern bitte nehmen, genau. Hast du ausgewählt? Ja. Sehr schön. Einfach, äh, irgendwo in der Küste. Ähm, storage solution. Ähm. Ich habe ein Diaschwert bekommen. Äh, ich habe es auf. So ist es in die Küste. Dann mal. Ich nehme es und untersuche es. Äh, die Sorting Barrel kann ich leider nicht machen. Schade. Äh, Mist, Mist, Mist. I bet, bla bla. Das ist... Äh, kannst du Moonturf herstellen? Irgendwie? Weil das ist eine Quest bei dem Chemical-Dings. Moonturf. Äh, ja, kann ich. Äh, dafür brauchst du es nicht. Und Silicon. Dann darfst du das Ding komplett machen, wie du möchtest. Oxygen habe ich. Wie viel bräuchte ich? Wie viel muss ich denn herstellen? Ein. Äh, okay. Und... Silicon. Äh, Ike, ihr könnt bei mir... ... vorne... ... wenn ihr bei uns reingeht, links, da ist eine... ... Truhe. Da ist genügend Oxygen. Oxygen habe ich genug. Ich brauche nur Silicon. Äh. Mhm. Gut, der formt schön. Äh, ja, äh, da musst du mit Cici, also mit meiner Süßen reden. Die macht das mit dem... ... mit dem, äh, Mod. Weil das, die komplette Buchreihe kann sie gern komplett alleine machen, weil ich kriege das nicht gebacken. Dafür bin ich zu alt. Ich brauche einen Aquada. Wo kriege ich einen Aquada her? Silicon, oder? Weil ich stück direkt aus. Aquada aus Block of Coal und Venus Kristall. Venus Kristall finde ich bestimmt nur auf der Venus. Ja. Wahrscheinlich. Und dann wird die Christ auch erledigt. Äh, ja, und da unten kam... Kann man hier nicht Gold eintauschen, hinterher? Das geht doch bestimmt irgendwo. Enderperl? Äh. 8 Energy Conduits gegen, wir wollen mal, 2 Enderperlen und 32 Inc. jetzt gegen 8 Energy Conduits. Willst du mich verarschen? Ich brauche einen, 2 Enderperlen. Ich brauche einen. Ey, das ist doch. Zitzen? Äh. Wunden Planter brauchen wir noch? Zitzen. Und Wunden Killer. Zitzen. jetzt muss ich schon wieder so viel holz verbrauch das ist nicht gut das ist nicht gut ich brauch nur ja eisen ich habe das geschrieben was ich denke ich stecke fest ein bisschen nachhelfen das eisen sind voller ja also die baumform läuft und das andere war der wurden plant da nachhören wir dann eine automatische essensfarben herstellen brauche ich zwei kisten ach kurz ne spitzacke nimm mir die was kaputte nimm einfach so genau ich brauche öfen nimm einfach die zwei hier und bei der quest krieg ich gold und dann und dann und Ja, was ist das? Ähm, Ei kap... Moment... Also... Was haben wir? Fünf Zucker Farm ab Ach! Was hast du gesagt? Abfarm, da hinten Okay So, ich hab wieder zwei Quests abgegeben Haben wir schon Pistons? Nein, wir brauchen Eisen dazu Dann muss ich das Eisen, was ich hier jetzt hab Pistons Die haben gerade mal fünf Eisen Hier oben Und eins davon brauche ich ja selber Also ich werf dir hier mal vier Stück hin Äh, pass, pass Nein, nein, ich hab's jetzt hingebrochen Ich brauche hier nur eins für diesen... Inget Sechze... Ich kann hier schon neun machen Dann brauche ich nochmal... Acht Äh... Warte, ich guck mal was wir bei der anderen Quest rauskriegen Da kriegen wir raus Ein Reward Bag Und dieses dämliche Inget wieder Was wir herstellen müssen Äh... Aber wenn wir den Ambus machen Aber wenn wir den Ambus machen Kommen wir bei der zweiten Questreihe mit den Raketen weiter Das ist jetzt schwer Ja Nimm das Eisen, was du mir grad gegeben hast Ich brauche einfach nur äh... Clean Stone Die vier Eisen, die ich dir gegeben habe Bringen mir auch nie wirklich was Hier sind zwölf Clean Stones drin Da oben in der Kiste genau Da oben in der Kiste genau Und... Hier sind auch nochmal 33 Und der hier unten Äh... Hier darf ich mir die nehmen Nimm raus Was machst du? Das ist zwar nur ne kleine Wahrscheinlichkeit Aber das kann man ja einfach machen Ja, dann machst du das jetzt noch Und danach machen wir erstmal aus Weil wir haben's 23 Mhm Gut Ja klar, aus denen ist jetzt nichts rausgekommen So